Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, ähm, da oben geht noch voll die Post ab und die letzten Zombies sterben. Wie ihr seht, habe ich hier ein kleines Problem mit meinem Texture Pack. Das wird noch alles ein bisschen geändert. Zumindest wurde mein altes Texture Pack nicht anerkannt und hier mit den Partikeln. Ich weiß auch nicht, was das für ein Fehler ist. Jetzt müssen wir auch noch mal gucken. Also es muss noch viel geändert werden, aber ich habe jetzt zumindest die Holztextur geändert. Und habe mich hier runtergegraben, bin auf eine Höhle bzw. in eine Schlucht gestoßen. Ich werde da jetzt nicht noch mal runtergehen. Und habe tatsächlich ein wenig Lapis gefunden. Ich habe natürlich auch ein bisschen Eisen gefunden und Kohle. Und habe hier in die Kiste so meine ganzen anderen Sachen gemacht, weil ich habe da keinen Bock drauf, dass das irgendwie wegkommt. Und jetzt muss ich mal gucken, wie das hier aussieht. Oh, ich muss ja vorhin drei Creeper vergraulen. Ich glaube, jetzt könnte es relativ sicher sein. Ich muss ganz... Oh, hier ist nicht sicher. Gut. Aber ich glaube, das Gras sieht jetzt endlich mal auch nach Gras aus. Es wird dunkel, oder was? Nee, es wird hell. Ja, gut. Das ist gut. Okay, ähm... Und dann werde ich glatt mal die Tiere... Und meine... Die Tiere blau färben. Jetzt mal gucken, ob da nicht irgendwo ein Creeper rumläuft. Die Creeper müssten jetzt schon wieder blau sein. Vorhin waren sie grün. Da konnte man sie überhaupt nicht sehen. Ja, die Textur... Ich mag die nicht. Ich will meine Kisten zurück. So, na ihr? Jetzt. Ha? Alles klar? Wer will denn blau werden? Wer will blau? Komm. Du. Und du. Und du. Und du. Guckt, das ist ein gutes Verhältnis, glaube ich. Vier gegen fünf. Ja. Jetzt. Jetzt passt ihr euch. Müsste ich unbedingt mal scheren, glaube ich. Aber ich muss erstmal hier den Baum wegmachen. Die Axt ist natürlich im Haus. Die dürfen keine Bäume mehr wachsen. Hier ist noch Essen am Start. Was ist das denn? Ist das Kartoffeln? Sieht aber komisch aus. Dann hätten wir die Gartenarbeit auch schon erledigt. Ich muss sie da sagen, die Türen sehen relativ geil aus. Und mein Holz finde ich jetzt auch gut. So. Ich mach mal ganz kurz Pause, gleich wieder da. So, da bin ich weg. Ich wurde gerade mal kurz unterbrochen. Da wollte ich mal was... Und wir waren irgendwo stehen geblieben. Okay. Die Schafe sind blau. Passt. Ähm. Ja. Ich könnte hier mal eben die Kiste leer machen. Beziehungsweise die Sachen... Ich muss unbedingt... Ich baue jetzt ein Lager dahinten. Ich baue jetzt Kisten ins Lager und gut ist... Mann. So. Äh. Hier brauchen wir Zäune. Ich finde mit den Kisten sieht das nicht so schlecht aus. Aber ich will das halt nicht so... Auf Dauer haben. So. Da war schon wieder... Zwei Kisten. Und... Ja. Sonst... Ich bringe das mal ins Lager. Ich muss hier unbedingt zubauen. Kann ich vielleicht jetzt mal kurz machen. Nicht, dass hier doch noch ein Creeper mal reinkommt oder so. Und da hinten muss ich unbedingt zubauen. Hier ist auch noch offen. Gut. Das sieht doch nicht schlecht aus. Hier können wir auch dann die Birke reinhauen. Guck mal, wie schön das jetzt aussieht. So. Da müssen wir auch mal gucken. Wie ein Fichtenholz vielleicht. Hier ist nichts gespawnt. Das ist supi. Dann haue ich jetzt hier einfach die Sachen alle rein. Guck mal. Hier haben wir Birkenholz. So würde ich es machen. Hier können wir Stein reintun erstmal. Panit. Bruchstein. Gut. Das sieht gut aus. So. Glas habe ich auch noch da. Ja, gut. Will ich das mal kurz hier ausfüllen. Eine Axt haben wir natürlich nicht mehr. Die ist da hinten. Ähm. Boah, trotzdem mal hier zu, Leute. Auch wenn hier ein Redstone reinkommt, den ich sowieso noch nicht gefunden habe. Aber damit man da mal lang gehen kann. So. Guck mal, was ich hier noch drin hatte. Zack, 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 zack. Gut. Hier ist nämlich eine Axt bei. Äh, so. Dann werde ich da ganz, ganz, ganz schnell mal das Holz hier ersetzen. Ja. Okay. Mhm. Schon wieder die Höhle hier unten drunter am Start. Nicht so geil. Mann. Da fällt das ganze Holz runter. So. Wenn wir noch, ich hole jetzt erstmal hier Erde drunter. Ja. So. So. Damit ich damit schon mal kein Problem hoffentlich mehr habe. Wie geht's noch weiter mit der Höhle? Ja. Vielleicht können wir die irgendwie zum Vorteil bauen. Ich weiß noch nicht wie, aber... So. Okay. So. Brauche ich mal eben mit der Hand ab weiter. So, genau. Das zeigt mir auch. Da haben wir schon kein Birkenholz mehr. Ja. Auch nicht schlecht. Dann reiß ich mal in Börter. Also, die sind raus. Dann können wir sogar den Teppich vielleicht schon aussehen. Ja. Moin. Das Haus steht noch nicht, aber der Teppich liegt. Das passt ja. Vielleicht können wir da eben... Ich hab da auch eine Tür, Mensch. Vielleicht kann ich die da hinten einbauen. Soll ich das nicht so ekelhafter machen. Gut. Das ist eine gute Idee. Huch. Da bin ich schon im Keller gelandet. Hi. Hier müssen wir auch nochmal dann arbeiten dran. Äh. Stein. Das ist... Lassen wir mal. Hier ist noch normales Holz. Ach so. Hier. Stein. Und Eichenstämme. Ähm. So. Gut. Da müssen wir dann auch mal irgendwann weiterarbeiten. Aber hier... Muss ich nochmal ran. Wann ist normale? Ach so. Das waren schon Birken. Okay. Die gehören... Da hin. So. Dann kommen hier Treppen hin. Hier kommen auch noch Treppen hin. Glaube ich. Weiß ich noch nicht. Äh. Ja. Fechtenholz bräuch ich noch. Hier kommt dazwischen. Das hier. Warum? Wo habe ich hier Fechten? Aha. Nee. Erde. Guck mal. Hier der Stein. Den Stein können wir einsortieren. Und hier haben wir noch Holz. Auch noch Holz. Holz. Meine Güte. Wir haben gar nicht schon viel Zeug. Hier haben wir noch Erde. Stein. Hier ist noch... Gott. Wir sind voll. So. Hier haben wir noch Fechtenholz. Cool. Und... Ja. Das ist ja nicht schlecht. Würde ich sagen. Das muss auf jeden Fall noch ein höher. Übrigens habe ich mal geschaut. Ich habe... Ihr habt ja gesehen, dass... Psst. Scheiße. Das hier... Äh. Ich hatte hier Holz gemacht. Das war nämlich falsch. Da kommt tatsächlich Stein hin. Was ist denn das eigentlich so hier? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist falsch. Mit der Ecke hier. Da müssen wir auch nochmal gucken. So. Gut. Hier weiß ich gar nicht. Hier müssen wir das Holz noch weg machen. Wir können auch hier schon mal einen höher bauen. Uah. So. Achso. Warte mal. Die Außenwand. Da gehört das Holz hin. Nein. Da gehört doch, glaube ich, Holz hin. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Reiß einfach alles auf. So. Äh. Dann werde ich mal kurz. Ach Gott. Ich bin voll. Fackel. Was denn? Hab ich gerade falsch gebaut? So. Oh. Fackel. Oh, als wenn ich die Fackel jetzt auch nicht aufnehmen kann. Was war das weg? Fackel? Hab ich die Fackel aufgenommen? Die hab ich aufgenommen. Okay. Gut. Äh. Weiter geht's. Äh. Einmal helles Holz, bitte. Dunkles Holz. Helles Holz. Holz. Und. Machen wir so. Zack. Gut. Äh. Hier kommen noch Türen rein. Auf jeden Fall die Wand muss höher. So. Äh. Da gehört, glaube ich, noch ein Fenster hin. Aber ich glaube, ich gehe erstmal ins Bett, weil ich mir gerade nicht sicher bin. Wir bringen erstmal diese Sachen runter. So. Wir brauchen Türen, die ich gerade irgendwo sehen hab. Sind die unten? Ich glaube, die sind unten. Äh. Ja, da kann ich erstmal hier bleiben. Dann gehe ich mal ganz kurz die Sachen runterbringen. Wir sind ziemlich weit gekommen schon, Mann. Das freut mich. Hier war Stein. Genau. Der Diorit, finde ich, sieht gar nicht mal so schlecht aus hier. So. Das gehört zusammen. Das. Das ist Glas. Und hier ist Holz drin. Für Holz werden wir nicht brauchen erstmal. Äh, doch. Ja, auf jeden Fall reicht, glaube ich, erstmal. Eichenholz. Oder Dingsbums. Weiß nicht, ob ich die noch brauche. Äh. Ich werde auf jeden Fall ein Crafting Table hier hinbauen. Äh. Den würde ich gerne hier unten reinbauen. So, dass ich hier auch craften kann. So wie zum Beispiel, äh, noch eine Kiste. So, dann können wir hier mal kurz. Oh. So. Da kommt Holz rein. Würde ich sagen. Holz, ja, ne. Dann bauen wir hier nämlich noch die zweite, oder die dritte Kiste rein. Auch wenn es noch absolut noch nichts geworden ist, ja. Hoffentlich soweit reicht's. So, jetzt hier unten noch. Gut. Hätten wir das. Dann kommt hier eine Kiste rein. Und dort packen wir, was packen wir denn da rein? Blood? Bloodrop? Vielleicht? Hm. Okay. Okay, dann können wir eigentlich noch eine Kiste bauen. Weil wir haben da oben ja auch schon wieder fertig Platz und so. Und dort hauen wir einfach mal das Essen rein, würde ich sagen. Gut. Kann man jetzt kurz auch noch reinhauen. Nehmen wir noch Granit rüber. Einmal den Stein. Und das andere Zeug brauchen wir halt alle. So, gar nicht schlecht. Supi. Die können wir zusammenlegen, die Schaufeln hier. So, haben wir das auch geklärt. Ja, dann machen wir nachher mal hier weiter. Ich muss mal kurz hier gucken. Ich wollte... Ich wollte... Mensch. Ja, normale Türen machen wir nochmal. Und hier brauchen wir noch Treppen, glaube ich. So. Gut. Die Treppen gehören hier hin. Hoffe ich, dass das so in Ordnung ist. Ich habe Angst, dass irgendwas hier noch reinkommt und spawnt oder so. Keine Ahnung. So, jetzt hauen wir erst mal hier die Türen rein. Passt. Ach, da hinten muss noch eine Tür rein. Mit dem Holz, würde ich sagen. Oder machen wir Stein. Aber wir können auch Stein machen. Komm. Nein. Wieder Holz verloren. So, machen wir das erstmal. Gut. Das hätten wir auch. Aber uns geht langsam das... Oh, Birkenholz aus. Im wahrsten... Aber... Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, hier müssen wir nochmal aufreißen, weil hier, glaube ich, doch noch... Oh. Die hätten ja einfach rüberspringen können. Äh. Hier muss Glas rein. So. Zack. Glas. Dann natürlich noch mehr. So. Kommt hier noch Stein wieder hin. Ach so. Warte mal. Da kommt doch... Kommt doch wahrscheinlich Holz drauf. Bin mir jetzt nicht sicher, aber... Warte mal. Von innen... Kommt da... Kein Holz drauf. So. Genau. Und ab hier kommt dann Holz. Ne. Da nicht. Ne. 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 Schon richtig. Schon da vielleicht nicht. Ja. Schiss. So. Ja. Ein bisschen verwirrt bin ich jetzt gerade. Ähm. So muss es. Jetzt kommt dann noch das Glas drauf. Jetzt kann hier eigentlich wieder... Eiche drauf. Hoffe ich, dass das alles so richtig ist, wie ich mir das gerade denke. So. Gut. Ja. Das, 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 das sieht doch schon mal gut aus. Hopp. Autsch. Guck. Und dann kann... Da. Das sind die Treppen. Okay. Die hat jetzt fast weggehauen. Dann werde ich jetzt mal kurz... Ähm. Genau. Glas. Wir haben sogar noch Glas da. Boah. Wir sind echt weit gekommen heute, finde ich. So. Zack. Huch. Das ist eine Innenwand. Glaube ich. Deswegen wird die normal... Ich habe mich jetzt gerade voll... Och. Von meiner Fackel selber erschrocken. Alter. So. Hier müssen wir noch höher bauen. Müssen wir mal gucken. Ähm. Und hier auch. Ja. Oder... Was ist denn jetzt los? So. Boah. So. Den einen hier. Und da müssen wir mal gucken. Ja. Sonst... Sonst bin ich sehr zufrieden, Leute. Sehr zufrieden sogar. Ich. Da sind die Kisten voll. So. Hier haben wir einen Mob Drop. Das da rein. Das, das, das. Äh. Rote Beete ist kein Mob Drop. Gut. Dann kommt das ganze Essen noch hier rein. Dü, dü, dü. So. Dann... Erde ist... Stein hier. Und... Holz brauchen wir. Ähm... Ja. Wahrscheinlich habe ich schon wieder irgendwas vergessen, was ich gebraucht hätte. Aber gut. Äh. Pech gehabt. Treppen. Ja. Aber... Ich wollte mich mal kurz ein wenig hier um die... Gott. Um die Tiere kümmern. Alles mit den ganzen Zepplingen hier. Meine Güte. Hier vorne müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. Aber ich muss mir jetzt erstmal eine Birke holen. Die irgendwo hier wächst. Da hinten. Und, äh... Eine Schere brauche ich unbedingt. Und ich muss auch Weizen noch haben. Für die... Für die Schafe. Weil ich ziemlich viel Teppich brauche. So. Da geht mir auch, äh... Mein... Meine Axt... Äh... Meine Axt... Ja. Meine Axt flöten. So. Gleich nochmal nach Zepplingen gucken. Aber jetzt muss ich erstmal kurz ins Bett. Huch. Na ihr Schafe. Gar kein Licht da. Bin gleich wieder da. Dauert nicht lange. Haben wir nicht da. Ich traue mich jetzt irgendwie nicht raus zu gehen. Weil ich immer denke, dass da irgendwo Viecher sind. Gut. Na ihr. Meine Güte. Bin ich alles runtergekommen? Mann. Ah. Ein Appel zum Frühstück. So. Dann hole ich mal kurz, äh... Hier hinten mal unser Weizen. Weizen. Das Zuckerrohr. Ah. Meine Güte. Das ist viel Weizen. Müssen wir alles wieder anbauen? Mhm. Gut. Sollte auch nicht kein Problem sein. Geht doch eigentlich ganz schnell. Mal hier ist noch Weizen über. Und das ist schon wieder alles gewesen. Ging aber ganz gut, finde ich. Muh, 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 muh. Hey. Wo ist nicht nochmal der Eingang, Leute? Ach, geh mal weg da. Geh mal weg. So. Ähm. Oh je. Ich muss euch aber erstmal paaren, weil... Blau und blau... Und rot... Und rot... Irgendwie so. Dann hier noch blau... Ne. Na. Okay. Rot und rot. Blau. Wer will noch? So bis blau mit... Ach, irgendwas. So, hier. Esst alle. Fresst. Ich gebe euch jetzt allen etwas. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr es noch nicht habt. Ich glaube, ihr habt alle was, ne? So. Gut. Kann ich ja endlich mal anfangen zu scheren. Ich habe endlich Teppich. Oh mein Gott, das ist ein lilanes Shop. Komm, hallo. Wie ist der erste Teppich für mein... Mein eine... Für ein anderes Zimmer. Das ist super. Geht mal weg da. So. Gut. Super. Hätten wir das schon. Nicht viel, aber es reicht. Würde ich sagen. So. So. Dann brauchen wir jetzt Treppen. Dafür. Wir brauchen... Teppich. Zack. Und zwar einmal. Der blaue Teppich kommt hier rein. So. Oh. Drehmt den Teppich hier aus. Macht dann noch die... Ach schon. Die Treppen da vorne fertig, so. Dann machen wir eben noch die Treppen. Und dann war es das. Ich würde mich erstmal vielmals bedanken, dass ihr noch so lange zugeschaut habt. Hoffe ich vielleicht. Ähm. Ist ja gar nicht mal so einfach. Und fertig mit dem Birgenholz? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir waren fertig, ne? So. Ich haue das jetzt einfach da oben rein. Zack, 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 zack. So. Glas haben wir auch noch über... So. Dann haue ich jetzt eben da in ein paar Treppen. Da fehlt noch was. Was machen wir anders mal? So. Dann machen wir hier nochmal Treppen rein. Ich glaube, die sind fast drei. Ich weiß nicht, wie viele Stockwerke es waren. Gut. Ähm. So. Ja, hier weiß ich nicht weiter. So. Das weiß ich nicht weiter. Hier müssen wir noch weitermachen. So. Und so. Das ist auch gut. Okay. Ich glaube, dass hier so hoch gebaut werden soll. Da hinten muss noch Holzfutter gebaut werden. Aber ich würde sagen, das war es erstmal von dieser Folge. Das ist ja, äh, genug gewesen, finde ich. Äh. Dann würde ich sagen, das war es. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.